was über die im Koop-Genera rüber zu kommen ich bin da um viel Goldtun bei der zweite Schlagort ist Prozent mit der Aus noch mal aber auch mit dem Leben innen Schilder Posteben und Städte das wäre ja nur Prozent 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 ich glaube ich für mich im Haus kurz geworden alle Leute hier ist Prozent keine Ahnung aber wir haben die Säge aus dem Verfolgen der kleine Jungen der nicht tun können hier oder was macht mit dem Schlag ja also das ist nicht so ich habe sich nicht dämoniert war gefunden war sind vor Ort war Baren siehst du mich ich weiß was nur da und sich das hat Hacke aus ich weiß dass er es zu kommen die sich die Grenzeilen wenn ihr es meint mehr zu mit auf den Schmerz nicht mehr oder ihr Schrecken was man wird nicht mehr auf seine Kiste wo sie so viele Leute dort hier er hell hier und hause sind die tüte ich jetzt sind nur noch das ist mein Job hey nein ich möchte ein paar Sachen hin für den und hier hell hier das Schöpfung zum Wunsch ich hätte das schon dieser Stein seit wann seid ihr drauf mann und wird wir haben schon wiederum mein Gott e ich will das als nun gar nicht er ist nöse wenn wir mit dem Anweserbikorps egal Stoßelbücher mit dem Geld das das doch gehen auf die Erinnerung und diese Schattenschuppen kriegt und mir liegt Prozent die Klinik und weist aber auch unbedingt ein Gold ein verdammtes Gold Waffenbundverbrauch Stolten von Köln hier Köln Köln reichliche Schilder Doppelding Kumpelsverbrauch Köln ist der Anliebe die Anlöhung und ich kann die Sachen jetzt sind er soll er keine Sachen ich habe weil es ist ähnlich auch im Verhältnis und das Ding wurde dann wird der Speicher gelöscht Böse Ehe Ehe dann sind was die die Masse und jemand wurde ziehen und was das denn das Spuren hat dort gewinnt manchen ja die sind so etwas geht los was geht los man möchte in was kommt in den Scheißdienst umzusetzen Beschloss bei ruhig so ein Schwer kann hier runter springen geht nicht wir haben eine Decke dran um wir haben es natürlich nur die Führung so klar haben ja auch bringerloben ja auch von hinten ja auch die johann und ohne er hat ihn ein was geht noch ab so gut ich habe mir das meinte mal das beschließt sich jetzt ganz für mich alleine ich bin das darunter und ich glaube das war ich bin denn ich bin es darunter war ein bisschen er dann ist das darunter das meint denn was ist das kaputt war dann bringe ich dich um kannst du gar nicht oder wie geht es die mann wenn man das zimmer hier wo ich gerade stehe nirgendwo so knick nicht da klinik kostenpflichtige optik lassen die Kinder Sachen ich habe keine Sachen die Arbeiten da war jetzt wie und wo Prozent 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 die die und und die was jetzt passiert aber das ist aber mal neu gestartet schon wieder warum ich hätte keine Sachen und nicht 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 abgab und so ich habe keine Sachen und so und ich habe mich in China ja im Hallen oder da auch fünf Minuten oder so wie man nicht mehr sitzt sie auch noch nicht mehr weiter schicht Kopenhainsten das war nicht aus dem Bau was und dort verabschiedet und die Börb ich habe auch noch ein der Torwart so gut in die Ausrüstung ich glaube ich bin ich glaube ich bin was soll ich machen ich kann nichts machen die Brennungen okay und dort okay und zwar nicht bei uns aus dem meinten und zwar gibt es meine Rüstung an der Doppel und die 1 du wolltest mir auch mitgewinnen nicht bis zu machen wenn ich es dann anziehen im Kanzler in der Reihe so muss man in die Dienstung in die Rüstung ein oder nachdem das dann die Besorung der Ausrüstung da gab es um den Weg nach oben um die und das ist ein Kompass anrufen das muss man das ist die Mitte und das ist ein ich habe ihn auch mit dem Holzspot geben ja wir sind sehr schwerer Bauern ich habe so um 0 0 wo man sich den Schrecken des Tages Prozent ich hab schon was ich brauche jetzt Alter ich brauche mich stellen kann und die Gnade das ist ein fetter Besucher komm ich kann die Zeit durch die Sauerkraut 9 was die was wir in der Stadt geben Schrecken des Tages ist war ein Kreuzloch ich bin wohl und er hat nur ein Jahr Kritiker nicht also gar nicht besorgen was die Kommen abgemacht m m m und würde darauf nicht nur mit über den Markt da muss man nicht sein und Das ist aber die Verkaufhahn! Warum hab ich hier eine Kupferachs bekommen? Die hast du von Anfang an! Nein, noch ein Handtuch! Ja? Jo! Baden? Halt tief! Okay, das war ein Witz! Du duschst! Oh, was hab ich gefunden? Kupferhelm! Und Holzschwert! Ähm, der Träger kann super schnell rennen. Okay. Lässt Sterne bei Verletzungen herabfallen. Okay, erhöht den Nahkampfschlagen. Was? Ich hab auch einen Schwer! Geisterstiefel! Ich hab auch so einen Schwer, siehst du's? Ja, du halt, du scheetest sie alle. Wie denn? Du ein Cheaters. Was musst du grad sagen? Ja, ich hab auch einen Maincarsch dahinter gehabt. Wie ist dein Mikrofon eingestellt? Normal. Boah, hier kannst du mir normalerweise noch ein Kind hier einstellen. Hab ich schon. Was du leider so weh gekrutscht. Das hab ich schon. Da kann ich nichts für, die die Menschen sind. Cool. Die versteht man also, dass die die Leute rauskommt. Ja, du kannst nichts für. Du kannst nichts für. Dann muss ich was flüstern. Ja, ich hab nicht mehr drin. mehr um den anrufen wahrscheinlich mit folgen von sonstigen ich weiß es dir nicht mehr kommst du Da weißt du wer gerade auf Fassel unterwegs ist Und wo ist der andere? Genau Sammy! Was? Wo bleibst du? Wo seid ihr? Oh nein, schnell! Geh auf und geh ins rote Team Jetzt geht's Uh, das ist alles Was? 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 Was?